Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 10. September 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 691 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Webbewerb, Tradfri-Fernbedienung, Google Maps, OneDrive und Sicherheitslücke. Ich beginne gleich mit einem Webbewerb und das in eigener Sache, denn im pokipsi.ch-Blog könnt ihr aktuell was gewinnen. Was ihr dazu tun müsst, ist ein Kommentar zu hinterlassen und oder ein E-Mail zu verschicken. Und was genau da drin stehen muss, im Kommentar wie auch in der E-Mail, das lest ihr am besten im Blogbeitrag. Der verlinkt ist in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eurer Wahl. Aber um was geht es überhaupt? Es geht um eine Intel 660p SSD M.2, die ich für euch diesen Sommer habe getestet und zwar ausführlich an meinem Gaming- und Testrechner. Und dazu darf ich eben eine 1TB Version dieser M.2 Speicherkarte verlosen. Ihr könnt das noch bis und mit September 2019 tun. Was und wie genau und sowieso steht in den Shownotes. Und ja, Sharing is caring. Gilt auch für diese Podcast-Folge logischerweise. Weiter geht es mit einer kleinen Anleitung, die ich für euch habe. Denn ich habe von mehreren immer wieder mal gehört, dass sie Tradfri-Fernbedienung herumliegen haben, weil sie mal die ganzen Birnen von Ikea ausgetestet haben und dann eingebunden haben, schlussendlich dann im Philips Hue System untergebracht haben. Und ja, die Fernbedienung kann man auch weiter nutzen, wie man das nutzen kann, das eben in einem Testbericht. Doch jetzt kommen wir zu den eigentlichen News, die ich heute für euch bereit hatte. Zum einen Google Maps. Sie testen aktuell wieder ein bisschen was rum, was im Bereich ÖPNV, also im öffentlichen Nahverkehr passiert. Und da geht es darum, dass es eben die Möglichkeit, den Nahverkehr zu nutzen, vereinfachen soll. Strecken, die der Kunde immer wieder fährt oder der Nutzer besser gesagt immer wieder fährt und auch mit Sternchen markiert, die werden plötzlich in der Google-Übersicht deutlicher, besser und auch mit Umsteige und Tipps etc. dargestellt. Ja, jetzt wird die ein oder andere ÖV-App wahrscheinlich ein bisschen das Zittern bekommen. Das kommt davon, wenn man die ganzen Daten, den grossen rausgibt. Aber ja, hat auch seine Vorteile, wie überall im Leben. Dann hat Microsoft es zum zweiten Mal geschafft in diesem Jahr. Zuerst im Juni, Juli war es irgendwann, als Word die eine Milliarde downgeloadete App, also installierte App wurde. Eine der ersten App, die das geschafft haben im Android-Universum, die nicht von Google kommen, logischerweise. Und ja, jetzt haben sie es wieder geschafft, und zwar mit der OneDrive-App. OneDrive ist ja ein einfacher Cloud-Speicher, ähnlich wie Dropbox, dem Google-Pendant oder das von Apple und anderen Diensten, die es auf der Welt gibt. Wird unter anderem auch von mir und dem Poughkeepsie-Network generell für das Ausverteilen von Informationen, Bildern etc. sehr, sehr gerne genutzt. Zu guter Letzt habe ich mal wieder eine kleine Warnung. Es geht im Bereich der Sicherheitslücken. Und ja, aktuell gibt es wieder so eine im Android-System oder Ökosystem. Unter anderem sind vor allem Sony-Smartphones, eben nicht Sony, Samsung-Smartphones sehr, ja, wie sagt man dem, prädestiniert, dass sie davon partizipieren können. Ist aber bei anderen Herstellern nicht anders, nur schwieriger. Es geht darum, dass ihr eine SMS bekommt von eurem Netzbetreiber. Over-the-air solltet ihr irgendwas installieren, dass ihr bla 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 und so weiter. Ja, solche Dinge sollte man nie tun, weil dann wird der ganze Datenverkehr über dem Proxy-Server von dem jeweiligen Hacker, der dahinter steckt, ja, von euch mitgeschnitten. Und somit kommt ihr natürlich an all eure Daten, unverschlüsselte Logins etc. Dinge, die eigentlich eben nicht in fremde Hände geraten. Somit, damit ihr da eben gar nicht reinkommt, wie wir es immer wieder sagen, wenn ihr Apps installiert oder Möglichkeiten habt, etwas zu wählen, wenn nämlich eine Fehlermeldung oder sonst was kommt, lest bitte zweimal das Ganze durch, bevor ihr irgendwas akzeptiert, eintragt oder auch nur schon eine Bestätigungscode eingebt oder einfach mal kurz auf weiter klickt. Denn das kann halt eben verheerende Folgen haben. Wie ihr merkt, habe ich heute nicht ganz so viel News. Die IFA ist langsam am Abschwecheln. Die letzten zwei Tage stehen vor der Tür. Das eine oder andere gibt es ja bei uns im Blog noch. Gerade gestern habe ich den Tag 3 von der IFA aufgeschalten. Und es kommen in den nächsten Tagen ab Mittwoch der eine oder andere Film noch. Genauer gesagt, 5 sind es, glaube ich, im Geek Talk TV Format. Da haben wir ein bisschen was zusammengefasst, was wir so an der IFA gesehen haben. Und natürlich kommt dann auch noch die Geek Talk Sonderfolge zu der IFA. Das wird aber wahrscheinlich morgen Abend erst soweit sein. Oder besser gesagt, heute Abend, Dienstag. Mal schauen, wenn es klappt. Euch auf jeden Fall einen erfolgreichen und schönen Tag. Und entschuldigen nochmals den Montag. Ich bin einfach nicht rausgekommen. Die IFA war zu streng die letzten Tage. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. 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 Hört mehr Geek Talk.